Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, und wenn ihr selbst um euch um eure Gesundheit kümmern wollt und dafür sorgen wollt, dass wir am Abend 5 Euro Euro verdienen, dann würden wir euch jetzt an dieser Stelle bitten, alle mal aufzustehen. Wie sieht's aus? Ich seh euch alle. Ich seh euch alle. Ja. Und so sieht das schön aus, fast wie aufm Konzert hier heute. Amen. Wir würden euch jetzt gerne die Gelegenheit geben, wie gesagt, einmal gegen das Chrombose-Risiko einzukämpfen, indem ihr jetzt die Beine schwingt, die Hüften wackelt, was das Zeug hält. Denn an dieser Stelle, liebe Leute, wie geht das los? Spielt euch ein klitzeklein, die Jungs seid immer alt! Rock'n'Roll! 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 Warte, du hast noch Glück, Mensch! Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017